Wir laden uns Künstler ein der unterschiedlichsten Sparten. Immer ein Sänger, meistens ein Sprecher oder Schauspieler. Und dann widmen wir uns Liedern, Lyrik, Themen. Wir holen eigentlich das gute alte Hauskonzert auf die Bühne, ganz in alter Familientradition. Es gibt immer auch eine Überraschung, ein sogenanntes Ufo, Gast oder irgendwie sowas, irgendwas völlig Unerwartetes. Außerdem wollen wir das Publikum zum Mitmachen animieren, zum Mitsingen und zum Mit-Träumen mitdenken. Ja, Publikum gehört einfach dazu und gestaltet mit. Und in Frankfurt funktioniert das besonders gut, haben wir festgestellt. Stimmt. Der Mozart-Saal ist geradezu perfekt für dieses Format, weil unfassbarerweise 700 Leute hier reinpassen, ohne dass man es merkt. Es ist wie eine, es ist tatsächlich eine Wohnzimmer-Atmosphäre. Genau. Die Leute sitzen alle nah dran. Man hat irgendwie das Gefühl, alle sitzen nah. Es ist ein schönes, es gibt immer ein schönes Kollektiverlebnis. Ja. Musik